so fertig kaffee getrunken jetzt geht es endlich ins gym und zwar hier ins outdoor gym in bangkok das ultimativste gym ever ich freue mich es gibt ein oberkörpertraining mal schauen was ich so trainieren kann dort was für maschinengeräte hat es wird sicher nice sehr eine coole erfahrung Lumpini Park das Gym das Fitness Fitness du kennst Lumpini Park so viele Leute hier aber keiner weiß wo das ist das ist doch das wichtigste in ganz Bangkok das Gym das geht ja gar nicht jeder will dir etwas anderes andrehen und 100 Baht 200 Baht wenn ich dort und dort gehe der will auch nicht oh je so jetzt habe ich jemanden gefunden der es kennt er ist Chef Cheffahrer haha geil dann wir sehen uns im Gym wenn ihr mit dem Taxi geht schaut immer darauf dass ihr den Preis im Voraus abmacht sonst habt ihr ein Problem egal ob Taxi Tuk Tuk Roller egal wo wenn ihr den Weg nicht kennt dann nehmt ihr lieber ein Taxi mit Taximeter das ist für euch viel besser so wie das hier jetzt es fängt immer an bei etwa 35 Baht das heisst etwa 1 Franken und jetzt fahre ich etwa 20 Minuten und für die 20 Minuten zahle ich wunderbar schlussendlich das sind 3 Franken ungefähr das ist die Easy sonst würde es sicher bis zu 10 Franken kosten also viel zu viel mitten im Bangkok so ein schöner Park vor allem ist der so gross man kann sich hier gut erholen ein bisschen chillen relaxen von dem ganzen Lärm und so es hat immer viele Leute hier die spazieren Sport treiben ein bisschen hängen das ist richtig geil ich würde sagen ich habe ihn gefunden ne ich würde sagen ich habe ihn gefunden ne das ist ja was er entspricht das ist die Oh, so ein Gym will ich auch zu Hause, wie es dir die Geist sieht. So, jetzt gibt es kurz an den Schrägbankdrücken, 3x10 wiederholen. Wenn ihr nicht diese Geräte habt, die ihr im Gym zu Hause habt, müsst ihr ein bisschen improvisieren, mit diesen Spezialgeräten, mit diesen Hanteln und so. Geht immer etwa nach eurem Trainingsplan aus. Nicht zu gross variieren, immer die gleiche Übungsauswahl, ungefähr plus minus. Aber wenn ihr auf eine andere Übung wechseln müsst, Übungsausführung oder andere Maschine, ja, dann macht es so. So, Langhandeln, Rüdern. Schaut mal, Leute, sogar die Alten sind am Pumpen, die wissen, wie es geht. So, Langhandeln, Rüdern. So, Langhandeln. Soll ich weiter. so amigos jetzt fertig mit dem training jetzt gibt es ab nach hause in den pool eine gute abkühlung dann habe ich ein meeting mit einer thai kollegin ja dann seht ihr noch weitere andere videos ich bin übel am schwitzen es ist so heiß unglaublich aber jetzt muss ich noch etwas probieren das habe ich vergessen diesen reifen hier so ich habe versucht diese stange zu heben aber es war mir schlussendlich doch zu schwer und dass das video jetzt nicht zu lange wird habe ich gedacht beende ich es jetzt und wünsche euch natürlich noch einen schönen tag so finito mit dem gym jetzt gibt es eine kokonaat